Die IHK-Konjunkturumfrage ist für Politik und Öffentlichkeit immer so etwas wie ein Gratmesser für die wirtschaftliche Lage vor Ort. Insgesamt 27.000 Betriebe nehmen deutschlandweit teil und damit ist es wirklich die breiteste Befragung in der gesamten Bundesrepublik. Wir stehen jetzt hier mit IHK-Präsident Rainer Schwarz. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Keine Ursache. Auch die IHK Gießen-Friedberg nimmt ja an der Konjunkturumfrage teil oder macht die mehrmals im Jahr. Was für ein Aufwand steckt dahinter? Ja, der Aufwand ist erheblich insofern, als wir uns Gedanken machen, wie wir repräsentative Ergebnisse abrufen können. Dreimal im Jahr, 1.000 Betriebe und insofern ist die Erhebung daher auch aussagekräftig und es ist sozusagen für den, der teilnimmt, auch ein Barometer zu wissen, wo er steht und wie er sich organisieren muss. Sie sprechen von Barometer, da geht es auch um den Klimaindex. Was für eine Aussagekraft hat das denn jetzt für die Unternehmen, die hier vor Ort sitzen? Nun ja, das Wort Klima heißt ja der typische Verlauf eines Wetters in einer Periode, so ähnlich muss man sich das vorstellen. Ein Mittelwert aus Vergangenheit und Zukunftsfragen gewichtet und dieser Durchschnitt ist dann in einem Barometer, in einem Index zwischen 200, dem besten Wert und 0, dem schlechtesten Wert, dann sozusagen das Ergebnis. Und wenn der Klimaindex steigt, ist das gut gegenüber der vorherigen Abfrage, dreimal im Jahr. Und wenn er fällt, ist es dann eher schlecht für die Beteiligten. Sie haben es gesagt, dreimal im Jahr wird die Umfrage durchgeführt. Wie können denn Ihre Mitglieder, Ihre Unternehmen teilnehmen? Mit was für einem Aufwand ist das auch verbunden? Eigentlich ist das unproblematisch. Man muss sich dafür interessieren, mitmachen wollen, meldet sich bei uns an. Man kann das mit Multiple-Choice-Abfragen dann generieren, per Fax zuschicken oder online geht auch. Das geht schneller. Wenn wir das Interesse geweckt haben, Herr Schwarz, dann müssen sich die Mitgliedsbetriebe einfach bei Ihnen melden. Ich glaube, auf der Homepage wird auch nochmal alles beschrieben. So einfach ist das. Da gibt es einen Link, anklicken und man ist dabei. Super. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Vielen Dank. Ich habe so lange. Ja, vielen Dank, Herr Schwarz. Und wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Teilnehmen an der IHK-Konjunkturumfrage. Bis dann.